Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wenn ihr euch fragt, ob ich jetzt wirklich hier eine halbe Stunde gesessen habe und gewartet habe, dass das Licht wieder hell wird. Ja, das habe ich gemacht. Ja, weil ich habe ja keine Fackel und ich wollte jetzt nicht runterlaufen, nur damit ich eine Fackel machen kann und dann finde ich den Weg hier wieder nicht hoch. Also habe ich für euch mir die Mühe gemacht, mich hier eine halbe Stunde vor so einem Bildschirm zu setzen und zu warten. Mein Gott, ist das traurig. Ich habe kein Leben. Ist das nicht die Forschungsstation, die wir suchen? Ist das nur so eine Art Zweigstelle? Hier ist auch nichts weiter drin, was wir benutzen können. Bis auf jetzt hier die Kiste hatten wir geplündert. Ansonsten ist hier nichts drin. Ach, hier ist noch ein Weg. Hier kann man ja noch lang gehen. Da ist noch eine Tür. Grün bedeutet gehen. Oh, warte. Kleinen Moment, bevor wir da reingehen und noch Stress haben. Wir haben ganz dolle Dorst. Ja, damit haben wir jetzt auch nicht mehr viel zu trinken. Ich hebe mir den letzten Schluck am besten nochmal auf. Ähm, vielleicht finden wir ja nochmal einen Tropfen, einen Tautropfen. Okay, wir haben jetzt hier noch eine Akte. Wir haben Faserverband. Sehr praktisch. Oh. Neustart des Vermessungssystems Test 13. Anmerkung vor dem Test. Erhöhte Funk... Funktionswolle ich sagen. Erhöhte Funkwellenstörung im Garten. Die Isolierung einer einzelnen Quelle ist nicht erfolgreich. Die Störung nutzt ein breites, umherstreifendes Spektrum. Von Frequenzen. Ich habe einen Code geschrieben, um die Frequenz des Vermessungsgeräts alle 5 Sekunden zu ändern. Damit es vor diesem mysteriösen Rauschen verborgen bleibt. Resultat. Erfolg. Der Neustart des Vermessungssystems... Oder wir können das ja auch so machen wie so ein Werbesprecher. So, weil diese Synchronsprecher aus dem Werbung... Wer kennt's nicht? Ja, ich versuch mal mein Glück, ja? Der Neustart des Vermessungssystems ist abgeschlossen. Tasi-Tee-Einheiten, die nicht für den Wachdienst eingesetzt werden, haben den Profil-Upload erhalten und sind derzeit auf dem Weg zu ihren Erntezielen im Garten. Notizen. Erstens, die Tasi-Tee-Einheit, die für die Felderfassung eingesetzt werden, weisen vermehrt Verschleißerscheinungen auf, wobei Rost am häufigsten auftritt. Zwei 19 unbekannte Funksignale wurden während des Neustarts gesichtet. Die... Das hört sich eher an wie so ein Nachrichtensprecher, oder? So ein bisschen? Die Ausgangspunkte lagen nicht an festen Orten. Das schließt die Kinder und Mr. Henderson aus. Alles deutet auf Ominent hin. Drittens, Erhöhung der Sicherheitsprotokolle in allen Laboreinrichtungen. Installation von biometrischen Scannern, wo nötig. Gut, der Dock hat ordentlich aufgerüstet und der Nachbar ist wieder raus aus dem Game. Ich halte den trotzdem für sehr... Oh, ein Hebel. Fehlt noch so ein Schild, dass ich da nicht dran ziehen darf. Dann würde ich... Oh nein, ich habe mir Hebel gezogen. Prospektor Scannen, Neustart, Aktiv. Aha. Jetzt dürfen wir diesen Computer da vorne doch benutzen. Die Vermessungsstation. Was können wir? Wo war denn das Ding? Ach, das ist in der kleinen Mini-Forschungseinrichtung gewesen. Wie, und das war jetzt alles? Das ist die ganze Forschungsstation hier oben. Das ist aber ein bisschen traurig. Da hat er sich an der Eiche ein bisschen mehr Mühe gegeben. Das muss ich ja schon sagen. Ich will auch so eine Seilbahn. Ich will die auch bauen und ich will die auch haben. Können wir die umgekehrt eigentlich auch fahren? Dass wir damit wieder zurückdüsen. Dann kämen wir ja in diese Forschungshalle. Ja. Okay. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Auch die Schnelle. Da oben ist noch was. Irgendwas blaues. Sieht fast aus wie so eine Rohskizze, wenn was gebaut werden soll. Und da ist noch eine Seilbahn. Ich würde schon fast behaupten, wir gehen hier einfach mal die Hecke ein bisschen weiter ab. Wir erforschen. Wir sind jung, wir sind mutig und wir sind forschungsbegeistert. Zwangsweise. Uns bleibt ja eigentlich auch keine andere Wahl. Das sieht aus wie so Spinneier oder so. Wenn ich das kaputt mache, habe ich denn ein Problem? Ein Netzsack. Aber wenn ich es kaputt mache, kriege ich denn was Cooles? Au. 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 Ich habe keine Ausdauer mehr. Die Axt frisst einfach. Puh. Das kostet wieder Leben. Ja, komm her. Den haben wir. Oh, was denn das Cooles? Ein Baumwanzen-Gassack. Und ein Netzfahren. Ich weiß nicht, soll ich die auch noch kaputt machen? Weg ist weg, ne? Aber das kostet mich ja alles Leben. Komm her, Piki. Ich kriege mein Leben nicht wirklich geheilt. Wir sollten vielleicht erstmal nach Tautropfen gucken. Ich hoffe auch, dass die nicht von alleine schlüpfen jetzt. Das wäre natürlich auch sehr kontraproduktiv. Und dann ist natürlich die... Alter, es sind hier viele. Das ist ja der reinste Albtraum. John Hammons Jurassic Park ist ein Scheiß gegen diesen Garten. Da würde ich lieber vorm T-Rex weglaufen. Eins. Ausdauer regenerieren. Zwei. Ausdauer regenerieren. Drei. Aua. Mann. Seid doch nicht so gemein zu mir. Und man sieht die auch gar nicht. Diesem hohen Gras. Boah. Da ist noch eine. Jetzt habe ich aber wenig Leben. Aber wir haben ja noch... Mensch, hätte ich ja fast vergessen. Im Inventar. Wir haben noch so einen Schokoriegel gefunden. Der stellt schon mal ein bisschen Leben wieder her. Da sehen wir doch gar nicht mehr ganz so alt aus. Da ist noch eine Salbe an. Oh, hier sind aber viele. Ist da gar kein Faden dran? Sieht jetzt nicht so aus, aber da ist so eine Minispinne. Aber mit was kann die verbunden sein? Oh, das tut bestimmt weh, wenn ich hier runterspringe. Oh, da ist noch ein Gebäude. Das checken wir gleich mal ab. Nein! Forever lost. Der ist für immer weg. Aber über diese komischen Eier hier laufen. Okay. Jetzt ganz vorsichtig balancieren. Konzentration. Gleichgewicht halten. Jetzt müssen wir gucken hier nicht, dass hier so eine komische Roboter-Einheiten da drin sind. Die Böswilligen. Birks komische, zwielichtige Cousins. Wir haben schon wieder Durst. Das machen wir gleich. Wir müssen ja erst mal was trinken. Wenn wir Pech haben, müssen wir gleich erst mal runter. Unsere Vorräder aufheben. Aufheben. Oh, wir können die Schmiede fertig machen. Eine Marmorscherbe. Das ist ja schön. Das ist praktisch. Die Spinnen könnten die Lösung des Problems sein. Marmorscherben können zu Rüstungspanzern verarbeitet werden, die zur Verbesserung von Werkzeugen an einer Schmiede verwendet werden. Ja, das ist richtig soweit. Und ich habe auch eine Schmiede. Aber ich muss ja erst mal gucken, wie wir hier wegkommen. Sicher. Was ist das für ein Klopfen? Ein Vogel. Okay, dann gucken wir mal, dass wir hier... Nein! Das ist ja ärgerlich. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit war ich denn jetzt hier? Ich habe noch keine zweite Futterbox. Ich habe die Marmorscherbe nicht. Wir müssen wieder zu diesem Labor hin. Wo bin ich denn da langgegangen? Hier. Oh, das ist ja praktisch. Wir sind gleich um die Ecke. Das wäre jetzt so ärgerlich gewesen. Okay. Vorsichtig. Das ist ziemlich hoch hier. Dann nehmen wir erst mal die pure Wissenschaft mit. Tape. Snacks. Scab. Kiste plündern. Wunderbar. Und jetzt gehen wir wieder zur Seilbahn. Weil hier drinnen können wir nichts machen. Wobei, ich frage mich, wofür das hier ist. Muss ich hier noch so eine Art Eimer bauen? Ich habe auch noch nicht ganz raus, wie die Pusteblumenschirmchen funktionieren. Muss ich nochmal einen Schluck trinken. Okay, wo war denn jetzt hier die zweite Seilbahn? Am Pilz vorbei. Können ja eigentlich auch ein bisschen Spinnwebe abbauen. War das wieder dieser Vogel? Ach, spring doch nicht! Wuhuuu! Yeah! Ist halt alles voll mit Spinnweben. Da ist noch pure Wissenschaft. Die müssen wir uns holen. Oh, da ist pure Spinne. Die müssen wir töten. War nicht weit genug. Das war weit genug. Hat irgendwie nicht gereicht. Ist ja praktisch, dass die schön stehen bleibt. Hätte ich mal nichts gesagt. Die weicht aus, die Ratte. Die sind zu zweit. Das schaffe ich. Au, das sind nicht nur zwei. Das frisst immer so Ausdauer. So. Und. Ein rein. Das dauert einfach zu lange mit der Keule. Ich habe gleich ein Problem. Das war eine dumme Idee, hier runter zu gehen. Von wegen. Das schaffe ich. Oh. Habe ich den verloren? Oder lag der da? Musste ich den finden. Das sind halt so viele. Kann ich keine Brandpfeile machen? Selbst die Wikinger hatten schon Brandpfeile. Das für eine Höhle. Das sieht aber nicht gut aus. Sollte ich da hochgehen? Oder sollte ich das lassen? Erstmal müssen wir hier was ordentliches essen. Oh. Ich kriege deswegen trotzdem nicht allzu viel Leben. Wir schauen mal dahin. Ich denke nicht, dass ich schon in die Höhle gehe. Da sind wir ja noch nicht ausgestattet für. Da ist eine große. Aber hier war doch eben auch pure Wissenschaft, oder? Ich hätte schwören können, dass ich da was gesehen habe. Scheint, als hätte ich mich echt verguckt. Verdammte Spinnenweben. Gut, da haben wir noch eine Seilbahn. Da können wir noch weiter. Ich höre doch hier die Wissenschaft. Komme ich hier auch wieder hoch? Ja, über den Ast da rüber. Da haben wir doch richtig geguckt. Science! Sehr schön. Das reinste Labyrinth hier. Das ist ja so unübersichtlich. Aber da ist noch eine Hütte. Jetzt nicht runterfallen, bitte. Juhu. Yay. Wir sind so schnell. Au. Eine spröde Quarzitscherbe. Nehmen wir mit. Spröde Marmorscherbe. Nehmen wir auch mit. Trinken und essen. Das ist ja... Oh, wir sind ja hier. Ein Paradies. Ist das der Professor? Ich würde ihn so gerne treffen. Ich hätte ihm so viel zu sagen. Sowas wie, äh... Du Arsch, wegen dir bin ich klein. Kann ich da nicht weinen? Okay, sonst haben wir jetzt nur diese komischen Eier hier. Ich würde sagen, die lassen wir noch in Ruhe. Lebenstechnisch haben wir nämlich sowieso schon Probleme. Was ist da? Oh Gott. Was war das? Was hat mich... Oh Gott, eine Spinne? Au. Ich kann da nicht zurück. Das ist ja jetzt... Ich kann nicht zurückfahren. Das ist ja ärgerlich. Wir müssen diesen Weg gehen. Oh. Was ist da oben? Pure Wissenschaft. Und noch ein Gebäude. Hier gibt es richtig was zu entdecken. Eine zu entdecken. Das ist der falsche Ast. Und da ist noch ein Roboter. Und noch ein Roboter. Das sind diese Bösen. Birk, seine fiesen Hinterwäldler-Cousins. Aber wie komme ich da hin? Da sieht es aus wie Sackgasse. Wir können ja trotzdem mal zum Ende des Astes gehen. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir hier weiterkommen. Ne. Also wie kommen wir da hin? Wir müssen ja auf den Stein. Denke ich mal. Also wir müssen da rüber. Da ist noch so eine... Also so ein Ast. Das wäre denn... Und da drüben. Und da ist was abgestürzt. Oh Gott. Jetzt traue ich mich da gar nicht mehr rein zu gehen. Das scheint ja nicht sehr stabil zu sein. Und das wird alles von so einer 5 Volt Blockbatterie hier betrieben oder was? Ökologisch. Sehr ökologisch. Batteriesäure im Garten. Gut für jede Pflanze. Das ist quasi Elite-Dünger. Batteriesäure da... Wenn du das auf eine Pflanze kippst, die... Die sprießt nicht. Die Wura, die explodiert quasi. Oh mein Gott. Jetzt bloß aufpassen. Keine Fehltritte. Gut. Das ist aber groß da, ne? Das ist ja... Riesig. Okay. Und wir haben auf jeden Fall Spinnen da drüben. Birk seine fiesen Hinterwäldler-Cousins. Da hinten funkt. Ich weiß nicht, ob ich da einige Flank kriege. Ich bin ja kein Elektriker. Was weiß ich denn, ob das normal ist? Ich betreibe mein Haus ja auch nicht mit einer 5-Volt-Batterie. Da unten ist auch noch irgendwas Interessantes. Einen Eingang vielleicht. Und da ist auch noch eine Seilbahn. Das heißt, wenn wir hier hochgehen, können wir da rüber. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Sinn macht. Das ist doch eigentlich das gleiche Gebäude. Aber wir können es ja ausprobieren. Ach nee, wir müssen ja erstmal... Können wir von der Seilrutsche abspringen? Frage. Wenn ja, überleben wir das hier. Frage. Ach so, viele Fragen und so wenig Antworten. Und Durst haben wir auch. Wir müssten allmählich was trinken. Wir sind so schlecht ausgestattet. Au! Oh Gott, das war knapp. Jetzt komme ich hier natürlich trotzdem nicht mehr hoch. Oh Gott. Au! Ich hau dir die Fresse ein. Oh Gott, ne große! Ne große! Ich muss hier weg. Oh, ich glaube ich sterbe. Ich kriege hier Giftschaden. Ich weiß nicht, kann mir der Verband... Kann ich mich gegenheilen? Wo ist mein Verband? Faserverband. Puh, Glück gehabt. Ich wusste gar nicht, dass diese Gelben auch giftig sind. Da haben wir ein... Lasst mich in Ruhe! Ihr seid recht. Ich würde dich so gerne runterschubsen. Jetzt kann ich hier nicht mal in Ruhe gucken. Da unten ist auch nochmal Progewissenschaft. Jetzt habe ich die... Ob er mich gesehen hat? Jetzt habe ich auf jeden Fall schon die Übersicht verloren, wo ich eigentlich hin wollte. Ich glaube, wenn ich hier rüber gehe, dann kann ich da hoch. Ich wollte ja erstmal oben drauf gucken. Das Problem ist, wir haben jetzt Durst. Aber... Ach, lecker! Oh! Ist eine Nahrung. Haben wir auch trinken? Äh... Nährstoffe... Ausdauer... Ausdauer... Ähm... Okay, wir haben nichts zu trinken. Das heißt, wir müssen später wiederkommen. Wir müssen erstmal uns was zu trinken organisieren. Dass hier auch nicht ein Tautropfen in dem ganzen Busch ist. Jetzt muss ich erstmal hier runter. Äh... Über einen sicheren Weg? Fragezeichen? Komme ich hier drunter? Ja. Okay, hier müssen wir später nochmal hin. Aber was will ich trinken? Und wie komme ich runter? Schaffe ich den Sprung? Boah! Gott, oh Gott. Höh! Ich hab ja diese... Ach Gott! Ich hab ja diese komische Pusteblume. Die hab ich ja voll vergessen. Ja... Hier werden bestimmt auch Spinnen sein. Da ist Wasser. Dann könnten da auch Tautropfen sein, ne? Wir versuchen unser Glück. Was kann hier schon passieren? Wir sind in einem Garten. Wir sind Menschen. Die Spitze der Nahrungskette. Direkt hinter den Marienkäfern. Hier haben wir zwar Rasen. Aber leider keine Tautropfen. Ziemlich trocken der Sommer, wa? Das sieht jetzt aber nicht gut aus für mich. Das kann doch nicht sein, dass hier nicht ein Wassertropfen hängt. Aus dem Tümpel da unten kann ich ja nicht trinken. Kriege ich Magenverstimmung. Ich mag da jetzt auch nicht runtergehen. Ich mag da jetzt auch nicht runtergehen. Ich weiß nicht, ob ich denn hier wieder hochkomme. Obwohl wir können uns ja hochbauen, die Treppe ran und fertig, ne? Das wär ja jetzt eigentlich nicht so das Ding. Aber trinken ist ein Problem. Ich hab so ein Durst. Wasser. Ich brauche Wasser. Das war gut. Ich brauche aber mehr Wasser. Schön salzig. Aus der Nordsee. Keine Angst, mein Freund. Ich habe nicht vor, dich zu essen. Ich bin da hinten. Ah. Oder hier das gute Brackwasser. Höchstwahrscheinlich ist die Pfütze hier entstanden, weil ein Hund da hingepinkelt hat. Dat müssen wir trinken. Oh. Falscher Grasling. Äh. Ja. Das war wohl nix. Oh. Bleib hier. Ah. Das tat gut. Und wenn wir jetzt in den Baum gehen, müssen wir ja eigentlich nochmal unsere Flasche aufhöhlen. Und wir bräuchten ein neues Lager. Das heißt. Oh. Was, was erblicken meine Augen da? Wie komme ich da runter? Wunderbar. Gut. Wir brauchen immer noch, äh, wir brauchen jetzt Klee. Dann können wir hier nochmal ein Zelt bauen. Und dann werden wir uns hier nochmal niederlassen. Gegebenenfalls für die Nacht. Und wir brauchen noch Wassertropfen. Für unsere Flasche. Aber im ersten Step wäre Klee wichtig. Da unten ist alles voll. Aber ich hätte lieber hier oben alles voll. Ich wäre gerne selber voll. Hier, da können wir schon mal Wasser mitnehmen. Haben wir schon mal einen. Ich soll ja den Supership für Birk holen. Wo ist der überhaupt? Das habe ich schon wieder vergessen. Ich habe die ganze Quest vergessen. Ich brauche jetzt nur noch, dass wir zu diesem Porsche... Aber vielleicht ist der da drin. Vielleicht habe ich den auch schon in die Tasche. Ich muss den Birk bringen. Können wir später nachgucken. Erstmal brauchen wir Klee und Wasser. Da ist noch Wasser. Der da. Komm runter. Wunderbar. Dann haben wir die Trinkflasche auf jeden Fall voll. Jetzt brauchen wir mal Klee. Ich will Bäume fällen. Ich bin ein echter Mann. Oh. Aber hier sieht es ganz schön mager aus mit Klee. An der Hecke wahrscheinlich sowieso nicht. Für Klee brauchen wir Wasser. Eine Pfütze oder irgendwas. Das sieht hier nicht gut aus. Angenommen, ich würde jetzt hier runter gehen. Käme ich wieder... Mit der Glühwürmchen. Ah, du bist ja wunderschön. Sind wir Freunde? Ich glaube, wir sind Freunde. Käme ich über den Ast wieder hoch? Ne. Sieht schlecht aus. Und die Nacht bricht herein. Und es ist Vollmond. Das heißt, die Wehrwolfspinne wird unterwegs sein. Ah, da oben. Guck mal. Wenn da Rosenblätter sind, könnte da auch Klee sein. Das wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit. Wie kommen wir da hoch? Gar nicht. Eine riesen Felswand. Ein unüberwindbares Hindernis. Ich liebe es. Sprösslinge. Und wir könnten trockenen Rasen noch gebrauchen. Tatsächlich. Denn wir haben ja auch gar keine Fackel fürs Dunkle. Spinne. Große, gefährliche Spinne. Nicht gehört. Äh, nicht gesehen. Aber gerochen. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Weg nochmal hochlaufen. Das ist so weit. Wir gehen jetzt einfach mal die Hecke hier entlang ab. Und gucken mal, ob wir ein bisschen Klee finden. Wir brauchen ja nur drei Blatt Klee. Das ist nix. Ein so ein Stängel würde uns ja reichen, ne? Bei der Macht von Odi. Dann ne. Spüre Thor's Hammer. Hau den, Lukas! Der kann nicht weglaufen. Warte, ich hab dich fast frei. Ja, du bist draußen. Gern geschehen. Ich helfe doch immer wieder gern. Klee. Klee. Ein bisschen Klee. Oh. Jetzt auch weit runter. Und da. Gut. Also, es sieht beinahe so aus, als ob ich... Ich komme ja hier auch gar nicht wieder hoch, ne? Müsste ich den ganzen Weg zurücklaufen von der Hecke? Denn wieder so zurück... Ist das richtig? Oder ich baue hier halt so eine Treppe hoch. So. Zack, 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 zack. Aber da müssten wir schon einiges abbauen, ne? Na gut. Dann werden wir die Nacht unter freiem Himmel verbringen. Draußen. In der Kälte. Alleine. Ohne unsere Eltern. Und niemanden, der auf uns auffassen wird. Aber ist ja kein Problem. Wir sind ein echter Mann. Ja. Das machen wir schon. So. Dann würde ich mich jetzt erst mal verabschieden. Dann gehen wir das nächste Mal uns diese Forschungsstation angucken. Die ganz große. Das Heckenlabyrinth haben wir uns sehr, sehr angeschaut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn ihr wieder einschaltet, ich würde mich freuen. Bis dahin macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020